So, was wir letzte Zeit feststellen, wie gibt es irgendeine Tradition, die ganzen Teebecher auf dem Zaun aufzuhängen. Wir können ja erklären, was das zu bedeuten ist, was das für eine Tradition ist. Wäre super. Bitte, nächste Becherkollektion. Da fehlt einer von MBE. Ich glaube, ich schicke denen was raus. Wir haben jetzt endlich unser nächstes Hotel erreicht, das ist so zwischen sechs und sieben Sterne, voll inklusiv. Richtig geil. Mega, ne? Ja, crow, ne? Ja. Ja. Ja, crow, ne? Die Zache. Da ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017